ein besserer trunchen wäre natürlich auch wahrscheinlich nicht verkehrt aber jetzt hab ich was gebaut ok jetzt laden wir uns in den bäumen das sollte mir den arsch retten im moment diese miese kobra ich hätte nicht gedacht dass eine kobra so schwierig werden könnte ich meine ich habe ein schild ich kann mich dagegen verteidigen die haben aber kein schild und die verteidigen sich nicht dagegen das heißt die werden sind vergiftet und gibt es natürlich nicht die einfachste sache um damit zu arbeiten klar zu kommen das müsste ich eigentlich echt mal ganz glücklich wegkommen ein bearer level 2 oder level 3 das wäre schon was verdammt hier ich werde ein das wäre ja ein 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 Das war's für heute. Das ist natürlich das Problem, ich muss hinlaufen, es schaffe ein F zu drücken, sodass ich es aufnehme und dann wegrennen und optimalerweise eine Kobra finden, die den nur knapp besiegt und ihn dann einmal einen über den Kopf ziehen und dann ist er hinüber. Das Nashorn ist auf jeden Fall wieder am Leben. Oh ja, yes, 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 ich mein, ähm, Trunchen, Schild, fuck, es sind wieder zwei, mh, dammit, hätten die nicht einfach mal einen Moment, ruhig sein können, das, das, oder hätten die mit mehr Abstand sterben können? Ja, so ist es noch einer. Oder lass mich die gegen das Nashorn antreten lassen. Ich glaube, die hier rüber ist Nashorn, ist wieder am Leben. Oh, wow. Ähm. Ähm. Barrel Level 1. Mann. Immer noch das, was ich haben will, ne? Von daher. Oh, das war die eine Wache. Legt mich fett. Das war die Wache. Gar nicht. Okay. Ich meine, ich habe ein Barrel Level 1. Aller Anfang ist schwer. Und, ähm, je nachdem, wenn, wenn ich nur einen ins Wheel of Pain reinbekomme, muss ich gucken. Ich meine, theoretisch, das ist größer. Und es laufen vier Leute rum, anstatt einem. In der Theorie kannst du da einen reinstecken. In der Praxis wird das, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ähm. Wer weiß. Sicher ist sicherlich noch ein paar Pflanzenstücken. Ich meine, theoretisch müsste, also eigentlich müsste es reichen. Bis, aber, wenn ich das, äh, ist es eigentlich Frau oder Mann war ich jetzt? Ich glaube, ich habe eine Frau. Aber ist ja wurscht. Ähm. Weite Hüften sieht. Wow, wow, wow. Okay. Sieht aus wie eine Frau. Macht ja keinen Unterschied. Ähm. Hm. So, und da der Weg ja jetzt frei ist, soweit, eigentlich, bis auf 1, 2 Wölfe, ja, ist ein Frau. Wollte nur, ich war jetzt nur mal interessiert, ob er wirklich shit. Ah. Ähm. Das ist nicht gut. Hm. Warte, was? Ah, okay. Haben wir irgendwie eine andere Möglichkeit? Mit ein bisschen Glück vielleicht. Ah ja, okay. Ah, ja, okay. Ah, hier, 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 hier. Okay. Das ist dann wieder die Sache. Ähm. Ja, genau. Okay, repariert, wunderbar. Und, soweit, alles, in Ordnung. mal gucken, ansonsten, ich weiß nicht, ich brauche einfach, wenn es nicht so funktioniert, wie gedacht, da gibt es einfach ein zweites Wheel of Pain. Noch eins. Das wird dann ein einfaches werden, aber es wird länger dauern. Aber das ist ja dann egal. Wehe, du reißt jetzt das, das wird ein Mädel an, was ich mir hinter mir herziehe. Wehe. Ich meine, ich habe schon Schwein gehabt, dass ich da tatsächlich, ähm, hochlaufen konnte, oder hochspringen konnte, ohne zu klettern. Weil das ist ja so eine, das wäre ja sowas, wo du dir längst sagst, hm, wegen so einer, kleinen Kleinigkeit, ne. Das ist jetzt. Oh, jetzt sind hier die ganzen Bäume, die spawnen. Okay. Glitzschnur. Puh, ich dachte schon, ich hätte ihn jetzt an der Mauer getötet, oder so. Oh nein, ich bin geklettert. habe ich es benutzt. Oh Gott. das heißt, das heißt, ich schwimme jetzt einmal drumherum, und hoffe, dass ich das dann von hier aus benutzen kann. Oder ich muss halt nochmal, muss halt ins Haus tatsächlich gehen. okay, cool, hat funktioniert. Also, dann Warte, ich hab ja eh selbst noch Kram dabei Holz, Stein, Eisen Leder mehr Leder Essen Okay Kann ich also nicht, anscheinend nicht da halten Ich bin ein bisschen Oh, okay Um Inventar Use 500 Steine und 500 Holz Ist nicht verkehrt Water Warp Rotten Bowl Feder keine Ahnung rein Warte Pfeile Eigentlich nicht Rotten Bowls gehören eigentlich hier rein Tandai Ich steh nicht hier Räuchte echt mal Schilder oder sowas Ausrüstung Wohl Gut Du kommst weg Immer Platz weg So Einmal volle Ausrüstung bitte Hier Gold und Silbermünzen Hier Irgendwo hatte ich auch Pfeile Ähm Ja Ich hätte das da draußen Wahrscheinlich komplett aus Fundamenten bauen sollen Kann man mal noch nachholen So Jetzt kommt natürlich die interessante Frage Kann man da mehr reinstecken als einen? Wer ist natürlich Wohl 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 Sollte eigentlich nicht so viel brauchen Um das zu reparieren ich habe wahrscheinlich gerade mal zwei verbrauchten das zu reparieren habe ich auch noch schwer dabei obwohl es mir eigentlich wurscht sogar den du bist wahrscheinlich ein kämpfer aber immer die gleiche angriff sequenz amore level 3 also den nämlich gerne nehme ich sehr gerne und daher vor allem level 3 ist gut ich habe ein level 1 und level 2 und level 3 mittlerweile im moment ansonsten müsste ich den kurs unten liegen lassen andere nehmen der zwischenzeit den an der leine lassen naja mal gucken Wir müssen mal drunter durchtauchen. Out of Stamina. Ja, das ist so eine Kleinigkeit, die interessiert mich immer. Tatsächlich kein... gar nicht. Absolut gar nicht. Yes! Yes! Es funktioniert. Ich gehe davon aus, dass ich vier Stück holen kann. In die gleichzeitig oder nachher mal? Crafting Cue! Aha. Na gut. Wenn das funktioniert... Ach, komm mal. Hm. Hm. Oh ja, das muss ich auch noch machen. Ich muss gerade mal gucken. Soll ich es gemacht haben? 14 Uhr. So, jetzt muss ich noch... Ich bin gespannt, was wir jetzt für einen bekommen. Ich muss gerade mal was machen. Ich muss gerade mal was machen. So, das wird ein Bogenschütze sein. Bogenschütze, Bogenschütze, Bogenschütze. Alles Bogenschütze. Sehr nutzlos. Damit. Oh, du nicht. Ich habe einen Armorer 2. Ich habe einen Armorer 3. Komm schon, hör auf. Archer. Archer. Dammit. Ja, alles gut. Armorer. Ja, ihr habt nichts Nützliches. Gut. 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 Obwohl so ein... nicht. Gut. Ich mag das noch mal was machen. Hm. Okay. So. Wenn mir jetzt der Kerl noch wieder her will. für gott sache oh man hmmm Amoraths Wein Verdammt Ach, Verflucht Amoraths Wein Bin ich überhaupt Keine Ahnung Der Hammer ist von Unterwasser Kannst du besser oberhalb vom Wasser sehen Also umgedrehen Hmmmm Das heißt ich würde den Armorer töten Und einen der Bogenschützenberufs ausschlagen Wenn es einfach klappt Wie geplant Oder wie ich es mir gerade überlege Okay Okay Es ist Nacht Ich sollte vielleicht warten Ich sollte vielleicht warten Ich sollte vielleicht warten Ich sollte eigentlich auch vielleicht anrufen Okay, dann hole ich den noch Mal gucken Ob wir dann Ob das alles Archers 1 sind Wäre natürlich ganz cool, wenn wir dann auch ein 2er oder 3er bekommen könnten Ja 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 es wird so langsam heller dahinten steht noch einer eventuell ist er noch was interessantes umher bogen schütze archer 1 nicht 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 dieser dämliche Armorer wenn die Pfeile mal nicht so nervig nah dran wären ok das sollte ok 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 Pfeile scheinbar mehr Bums was bist du ok der sieht auf jeden Fall besser aus als der andere Archer Level 2 ok gut was zum mit ihrem kleinen furzeligen Schwert ok 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 ok